Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem Video, auf das ich mich persönlich ganz besonders freue. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr hattet ein wundervolles Wochenende und startet gut oder seid gut in die neue Woche gestartet. Ihr wart wieder fleißig und habt mich ziemlich viel auf einer neuen LE aus der Drogerie markiert. Und zwar ist das die neue Rivalde Loop Pro Collagen Limited Edition. Das ist Make-up mit Skincare und das ist eine Sache, da weiß ich noch nicht ganz, wie ich dazu stehe. Und wir werden heute herausfinden, wie die Produkte sind. Ich habe alle Produkte aus der LE gekauft, um euch zu sagen, ob sich der Kauf lohnt oder nicht. Ich habe 23 Euro bzw. mit dem 10% Rabattcode 21 Euro gezahlt und bin sehr gespannt, wie die Produkte auf meinem Gesicht performen. Ich sehe aus, wie ich mich fühle oder ich fühle mich, wie ich aussehe. Aber im Moment, don't ask, ist eine Katastrophe. Aber ich hoffe, euch geht es besser. Und ich freue mich auf dieses Video. Und dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit Purish bzw. How Cosmetics. Ihr wisst, ich arbeite seit ganz, ganz lang. Eigentlich schon immer, seitdem es die Marke gibt mit How Cosmetics zusammen. Ich habe vor einem Jahr einen Instagram-Filter mit denen rausgebracht und durfte immer die Produkte vorab testen. Unter anderem gibt es auch seit heute, heute ist Freitag, während ich das Video drehe, seit heute morgen um 9 Uhr ein neues Produkt von How. Und das ist Chels Secret SOS Recovery Eye Pads. Das sind Augenpads und ich komme da gleich zu. Ich möchte sie auch gleich auftragen. Kleiner Disclaimer. Ich kenne die Produkte schon. Ich habe alle schon benutzt. Und ihr kennt meine Meinung zu How Cosmetics. Meiner Meinung nach einer der besten deutschen Skincare-Brands, die es gibt. Es ist ein kleines Unternehmen. Leander habt ihr bestimmt beim Bachelor gesehen. Oder bei der Bachelorette. Ich weiß es nicht. Das tut aber nicht zur Sache. Die Produkte sind grandios. Und die waren auch vorher schon grandios vor seinem TV-Auftritt. Und ich will euch alle so ein bisschen vorstellen, denn ich möchte alle auftragen. Weil ich finde, das passt ganz gut zu der Limited Edition. Ich habe von Purege ein Code bekommen. MaximXH. Damit kriegt ihr 20% auf eure Bestellung von How Cosmetics Produkten. Ich habe auch bei How Cosmetics ein Code. Das ist aber nur 10%. Und deswegen glaube ich, ist 20% auch zum Start eine gute Sache. Wir starten mit den Augenpads. Ich habe sie schon getragen. Und lustige Geschichte, beziehungsweise kleiner Disclaimer. Ich finde die so gut, dass ich gerade eben... 6, 12, 18, also knapp 20 weitere gekauft habe. Natürlich mit meinem Code. Und habe damit ein bisschen was gespart. Das Schöne ist, ihr habt nur eine Verpackung. Und nicht wie alle anderen Billig-Augenpads mit 10-fach verpacktem Plastik. Ich verstehe das nicht, warum die Firmen das machen. Wenn diese Kollagen-Augenpads nochmal in Plastik und das nochmal in Plastik. Und dann nochmal Plastik drum. Man kann es auch so machen wie How Cosmetics. Sie haben hier einfach Vlies. Und das kann man einfach in den Resten machen. Und die Pads sind extrem feucht. Ich trage die mir jetzt einmal auf. Was hier alles drin ist, schreibe ich euch hier einmal hin. Und ich hatte sie von meinem Rossmann-Dreh. Ich war ja neulich am Mittwoch bei Rossmann. Und habe für die ein Video gedreht. Und da hatte ich die drauf. Und tatsächlich war mein Make-up unter den Augen noch nie so glatt. Und ich habe natürlich starke Augenringe. Die werden dadurch langfristig reduziert. Aber vor allen Dingen diese kleinen Fältchen unter den Augen waren weg. Und das ist fantastisch. Die sind mega, mega groß. Das heißt, ihr habt super viel Platz. Und ich lasse sie auch gleich einen Moment drauf. Ich möchte aber weitermachen mit den anderen Produkten. Und zwar gibt es einmal die Creme. Die kennt ihr schon. Das ist die Meditative Soothing Cream. Eine ganz, ganz feine Creme. So eine leichte, gelige Konsistenz. Und ich hatte es damals immer wieder gesagt. Ich habe das Gefühl, die Produkte von How Cosmetics haben meine Haut damals, als ich mit YouTube angefangen habe und die ersten Produkte getestet habe, vor allem dieser Primer hier, verbessert. Also, die Inhaltsstoffe, die da drin sind, ich habe das Gefühl, dass die Haut einfach viel, viel glatter und viel, viel beruhigter ist. Es gibt diese Creme. Das ist, glaube ich, meine größte Empfehlung aus der Indigo Child Reihe. Es gibt den Primer, falls ihr eher so zu fahler Haut neigt und wirklich einen Feuchtigkeitsboost braucht. Ganz, ganz tolle Sache. Und es gibt ein Setting Spray. Das hat so einen leichten Schimmer mit drin. Also, wenn ihr wirklich in diese... Ich habe Leander neulich schon geschrieben, ich zahle dir alles, was du möchtest. Ich möchte gerne ein Parfum, was genau so riecht. Das ist Feuchtigkeit. Das ist Wohlfühlen. Das ist sehr, sehr hochwertig. Das ist alles Glas. Was ich letztes Jahr zu Weihnachten verschenkt habe, waren aber diese Chels Secret Mimic Lift 7 Day Cures. Das sind Ampullen. Sie sagen, man kann das 7 Tage benutzen. Ich komme mit einer Ampulle locker 2 Tage aus. Und verrückt ist, probiert das mal aus. Also, Augenpads, Love It, habe ich eben nachbestellt tatsächlich mit meinem eigenen Code. Und ich glaube, dann wisst ihr, dass ich dir diese Produkte wirklich mag. Und ich habe das Weihnachten verschenkt. Wenn ihr das abends drauf macht, ist am nächsten Tag... Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Aber ich habe das Gefühl, die Hautoberfläche ist viel, viel glatter. Und so kleine Unebenheiten, die in der oberen Hautschicht sind, sind glatt. Probiert es aus. 20% kriegt ihr von mir so schnell nicht mehr wieder. Große Empfehlung. Ich lasse die Augenpads jetzt einmal kurz drauf und die Creme so ein bisschen einziehen. Und mache mir einen kleinen Augenlook. Denn in der Limited Edition von Riva Love Me ist kein Augenprodukt mit drin. Beziehungsweise keine Lidschattenpalette. Deswegen mache ich einmal kurz einen ganz, ganz schnellen Look. Lass die Augenpads ein bisschen einziehen. Und dann geht's weiter. All right. Ich habe mir meinen ganz, ganz simplen Augenlook drauf gemacht. Und ich nehme einmal die Augenpads ab. Ich hebe die auf. Ich benutze die nachher weiter, wenn ich mich wieder abgeschminkt habe. Ihr habt extrem viel Serum mit drin. Sie ziehen ein. Freunde, vergesst No T, No Shade. Vergesst diese 95-Cent-Dinger von Rossmann. Da kann nicht genug Wirkstoff drin sein, dass ihr wirklich einen positiven Effekt habt. Hier habt ihr... Klar, sie sind ein Stück teurer. Aber da ist dann halt auch was drin, was wirklich was bringt. Und ihr spart einfach eine Menge, Menge Plastik. Deswegen No T, No Shade. 95-Cent gegen das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Wir machen weiter mit der LE. Ich setze den Code von Fiorge immer unten in der Infobox. Wirklich größte Empfehlung ist Haukosmet. Ihr kennt das. Ich habe es euch schon so oft gezeigt. Und wir haben hier ein Pro-Kollagen-Serum. Das soll ein komplex, ein pflanzliches Kollagen haben. Ist vegan. Die komplette Reihe ist vegan. Der die Kollagensynthese anregt. Durch die leistungsstarke Formulierung mit dem Wirkkomplex aus Kollagen, Aminosäuren, pflanzlichen Ursprungs und Hyaluronsäure werden Falten und Linien reduziert. Wenn ich alle Produkte heute in meinem Gesicht habe, wenn ich nicht aussehe wie 13... Riecht gut? Dann möchte ich einen Refund. Okay, sehr, sehr leichte Textur. Sehr flüssig. Hinterlässt auf jeden Fall gleich schon mal diesen schönen, frischen Effekt auf der Haut. Und ich gebe mir erstmal gleich ein bisschen Color Correction unter die Augen, weil ich sehe aus wie drei Tage Hauptbahnhof. Okay. Also Serum ist eingezogen, fühlt sich erstmal gut an. Wir haben hier auch ein Spray. Das ist das Pro-Kollagen-Vitalizing-Spray. Es zaubert einen strahlenden Tar mit wertvoller Feuchtigkeit und soll als ideale Vorbereitung für die Make-up-Routine sein. Deswegen... Schöner Sprühnebel. Ich sprühe mir mal das auf die eine Seite. Uh, uh, uh. Okay, das ist so ein bisschen mentholig, so ein bisschen minzig. Ist ganz spannend, sehr erfrischend. Auf der anderen Seite benutze ich das von How Cosmetics, damit ihr diesen Glow mal sehen könnt. Da sind halt kleine Schimmerpartikeln mit drin, auch in dieser Fliederfarbe, die dafür sorgen, dass die Haut nicht so fahrlos sieht. Wir lassen das Ganze kurz so ein bisschen einwirken und geben uns ein bisschen was auf die Lippen. Denn auch da gibt es ein Produkt. Das ist das Pro-Kollagen-Lippen-Balsam mit Jojoba-Öl, Kokos und Pro-Vitamin-B5 und Pro-Kollagen. Bildet einen pflegenden Schutzfilm und bewahrt so die natürliche Feuchtigkeit der Lippe. Sanfte Pflege mit pflegen... hä? Mit sanft pflegendem Duft. Kommt in eine Aluminium-Verpackung. Finde ich gut. Auch mal hier wieder ein bisschen Plastik gespart. Hm, riecht gut. Uh, und ganz, 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 ganz weich. Ich kann den Geruch schlecht beschreiben. Das ist so ein bisschen... ja, so ein bisschen Vanille. Kann ich mir gut als Lippenmaske vorstellen. Lassen wir jetzt einfach drauf. Denn jetzt wird's spannend. Jetzt wird's wirklich wild, Freunde. Wir haben lange genug drauf gewartet. Und zwar gibt es ein Skin-Tone-Adapting BB-Cream. Schätzelein. Das soll sich an der Haut anpassen. Und ich blende euch hier mal so eine kleine Sequenz ein. Das funktioniert tatsächlich, dass es eine Farbe entwickelt. Wenn wir es nämlich rausholen, ist es weiß. Und ich arbeite mir das erst mal mit meinen Fingern ein. Das ist halt auch eine sehr, sehr gelige Konsistenz. Ich hole euch ein Stückchen da ran, oder? Und wir verblenden das mal, bis diese Pigmente aufplatzen. Hallo. Aha. Nun gut. Das ist wieder ein Primer. Würde ich jetzt sagen. Für mich. Also, meine Haut ist... Wow. She's wet. Okay. Ihr wisst, was ich davon halte. Also, ich habe ein anderes Produkt. Das kann ich euch noch nicht sagen. Getestet. Das ist was anderes. Das ist zu flüssig. Von der Textur her. Also, es gibt demnächst eine neue BB-Cream, die ähnlich aufgebaut ist. Aber die ist von der Textur her ein bisschen dicker. Das ist meiner Meinung nach ein Primer. Skin Tone... Das ist halt immer das mit der Bezeichnung von Produkten. Hätten sie hier drauf geschrieben. Skin Tone Adapting Primer. Wäre das eine gute Sache gewesen. Weil jetzt die Haut fühlt sich fantastisch an. Ich meine, ich habe jetzt auch sehr, sehr viel Pflege im Gesicht. Ist das jetzt eine Foundation oder eine BB-Cream? Ich würde sagen, nein. Deswegen, das ist für mich persönlich ein Pass. Aber ihr wisst, dass das absolut gar nicht meine Mood ist. Deswegen würde ich mir jetzt eine Foundation einmal auftragen. Weil wir haben noch ganz, ganz tolle andere Produkte. Zum Beispiel einen Liquid-Halleiter und einen Pro-Kollagen-Setting-Powder. Auch hier wieder so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Und dann geht's weiter. Okay, ich habe einmal ein bisschen Foundation und ein bisschen Concealer aufgetragen. Und schaut mal unter die Augen, wie smooth das jetzt aussieht. Also, ich finde, jetzt ungesettet sieht das Ganze schon ziemlich, ziemlich gut aus. Und auch diese Seite hier, wo ich mir die an diese BB-Cream aufgetragen habe, gefällt mir gut. Generell, die Haut ist strahlend, die Haut ist leuchtend, mein Hals ist rot. Ich fühle mich, hm, schönes, sehr, sehr schönes Finish. Also auch die ganzen Skincare-Produkte jetzt eben drunter haben super, super gut getan. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Finish bis jetzt findet. Wir setten das Ganze aber einmal. Nein, 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 nein. Wir haben noch ein Produkt. Und zwar ist das ein Liquid-Highlighter. Auch der soll ein schönes Schimmereffekt auf der Haut hinterlassen und Pro-Kollagen beinhalten. Braunbogen, Wangenknochen und andere Gesichtspartien hervorheben. Auch hier, der ist vegan. 20 Milliliter sind mit drin. Und ich swatch ihn euch einmal kurz. Oh, der ist so ein bisschen rosy. Ach, krass. Hm. Riecht so ein bisschen nach Wassermelone. Der ist sehr, sehr dünnflüssig. Also das ist, ihr kennt diese Liquid-Highlighter, die so Zinnmann sind. Das ist eher von der Textur her ein bisschen flüssiger. Und deswegen geben wir den einfach mal so ein bisschen hier rüber. She's a glowy goddess today. Wie sehe ich aus, Freunde? Schreibt es mir in die Kommentare. Kam ich gerade aus dem Olivenölmeer? Oh. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Ist ein sehr zarter Schimmer. Ihr könnt ihn euch auch in die Foundation mit reinmischen, weil sie sehr, sehr soft ist. Jetzt setten wir das Ganze aber mit dem Pro-Kollagen-Studio, äh, Puder. Das soll mattieren. Und auch Uricinusöl ist hier sogar mit drin. Hm. Das klingt schon mal spannend. Das gab es in dieser einen Farbe. Vielleicht ist es so ein bisschen transparent. Ich gehe einfach mal mit dem Finger rein. Oh, sehr weich. Fühlt sich so ein bisschen feucht an. Und dann gehe ich nochmal unter meinen Augen lang. Und nehme jetzt mal hier die Seite, die flache Seite von dem Schwamm. Wow. Excuse me. Wie schnell ging das bitte? Und das ist komplett weich gezeichnet. Ich kann gar nicht aufhören, in die Kamera zu schauen, weil das sehr, sehr glatt jetzt ist. Wir gehen jetzt mit dem Spray hier wieder rüber. Auf der einen Seite Hau. Und ihr habt dann jetzt dieses frische Finish, ne? Auf der Haut. Auf der anderen Seite hier das Vitalizing Spray. Lassen wir das Ganze kurz einziehen. Ich mache mein Make-up einmal halbwegs fertig. Und dann haben wir noch eine Mascara. First Impression von den Produkten, auch in Kombination. I love it. Wir haben hier noch eine Mascara. Und ich zeige euch hier einmal das Bürstchen. Das sieht ganz gut aus. Auch die ist vegan. Vegane Mascaren sind immer recht schwierig. Steht jetzt nicht, ob sie wasserfest ist. Dann vermutlich nicht. Aber das Bürstchen sieht sehr gut aus. Ich gehe einfach mal mit meinem Wimpernzänkchen hier lang. Wir machen erst mal das eine Auge. Ja, also, ne? Ich muss mir das einmal von nahem anschauen. Aber, uh, doch. Sieht gut aus. Ich habe nur hier oben geschmiert. Ich schmiere immer bei Mascara. Habt ihr da einen Trick gegen? Okay, das mache ich gleich weg. Aber, ihr seht einen Unterschied. Macht schön schwarz. Langzeit-Test kann ich euch da jetzt natürlich noch nicht geben. Aber die Kollektion war ja auch sehr günstig. Alright. Freunde. Wie gefällt euch die Base? Wie gefällt euch der Look? Also, ich finde, unter den Augen ist es super matt. Das Puder hat so eine leichte gelbliche Farbe. Also, wenn ihr so ein bisschen in die gelbe Richtung geht und wirklich ein Setting-Puder sucht, was mattiert. Und selbst wenn ihr es settet, immer noch mattiert. Ist das, glaube ich, eine gute Sache. Generell. Also, abgesehen von diesem Primer, das ist BB-Cream, meiner Meinung nach, ist das ein Primer. Eine BB-Cream, dafür ist die Deckkraft einfach auch nicht ansatzweise hoch genug. Ansonsten aber eine solide Kollektion, die Spaß gemacht hat zu benutzen. Und, ich weiß nicht, was sagt ihr zu Make-up und Skincare? Ich bin so ein bisschen hinterhergerissen. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass wenn man eine gute Skincare vorher hat, wie jetzt mit den Produkten von How Cosmetics, und dann so ein Primer hier oder so ein Liquid-Highlighter mit ein bisschen Kollagen, das kann, glaube ich, nicht schaden. Ich bin gespannt, wie ihr dazu steht und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Freunde, ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Der Code zu How Cosmetics beziehungsweise zu Purish ist unten. Denkt dran, 20% kriege ich selbst sonst nicht. Und deswegen ist das, glaube ich, eine gute Sache. How Cosmetics, wirklich größte Empfehlung von mir. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns am Mittwoch hier zu Wir Exposen wahrscheinlich wieder eine Make-up-Brand. Tschüss!